ja hallo der gentleman's war für bold action wurde schon vor einer längeren zeit angekündigt dachte ich zeige auch trotzdem was da drin ist und zwar auf einem anderen kanal mache ich das verlinke ich am ende allerdings das war jetzt falsch formuliert am ende verlinke ich auf einem anderen kanal da mache ich ein video zu ob der titel war ob das gerechtfertigt ist the gentleman's war die tage beschäftigt ist sicherlich auch ein interessantes thema wie es dann am ende dann aber was ist da drin und zwar wieder mit kram und zwar ein deutscher war die armeen sozusagen eine deutsche armee ist da drin ich fand es interessant von der farbe ja dass die keine ich hätte gedacht die sind auch so sandgrau habe heute auch gesehen heute habe ich mir die farben für das bestellten für sachen die ich schon davor bauen werde ich puma gibt es noch und den sdkfz gibt es noch ich baue erst das von tamir und dann baue ich das von bold action sozusagen oder in dem maßstab aber anderes thema und zwar die ganze menge männchen gibt es da mit einem maschinengewehr die macht sie so einen kleinen mörser spielzeug aus ich glaube das war durchaus eine gefährliche waffe eine panzer büchse und dieses in englisch sagt man tut tutu stkfz 222 auf deutsch bitte so also dieses kleine späffahrzeug vom spiel habe ich jetzt nicht viel ahnung ich habe mir das allerdings ein paar seien dazu angeguckt also bin ich ganz unbefangen das kann wohl als auch als flugabwehr agieren was jetzt in dem szenario kein sinn macht weil die engländer auch kein flugzeug haben aber nur so brande auch in company 4s 2 gehen die dinge ja gerne auf flugzeug jagt trifft zwar nichts aber es versucht zumindest also daher haben wir da die ja dieses fahrzeug dabei was ich ganz interessant finde ach dieser kollege da die hat also so tuch und mund da gibt es bilder über die das haben oder auch die meisten haben so stahlhelme wie der da der da und anderen zu tropenhelme wie der zum beispiel gut der unter dem maschinengewehr dann auch so tropenhelm auf ich meine es gab auch welche kurzen hosen beim afrikakor die sind aber nicht da ist auch die frage welche phase ist mein afrikakor oder sagen die haben keine augen das sind schon gut zum anmalen aber ja keine ahnung wird das jetzt anmalt mit diesen wenn diese brille auf haben das muss man schauen wie das dann funktioniert gut auf jeden fall das ist das ganze deutsche armee und englische armee die haben ähnliche waffen als auch diese panzerabwehr büchse wieder und wir haben auch so kleinen kleinen gefährlichen mörser und ja dieses wie heißt das wie diese humbert ich weiß ich weiß das ausspricht ich weiß genauso als habe ich ihnen 1 zu 6 70 gebaut am anfang vom jahr vorhin von revel arbeitet anderen maßstab das gibt es auf jeden Fall auch dazu natürlich da steht so ein bisschen wie das heißt humbert heißt das wie genau dann auch die ganzen wasser sonst braucht würfelschablon für die die treffer wirkungen diese ich glaube für wenn man beschädigungen anzuzeigen oder zum zum ob die squads gepinnt sind kann man die braucht man die und so sachen halt ja ich bin auf jeden fall gespannt ich habe es auf jeden fall schon mal vorbestellt kommt dann ab oktober irgendwo ich habe auch gesagt gebäude in dem maßstab von einer anderen firma das zeichnet welches auch mal ganz interessant dann wird das beziehungsweise zusammenbauen und dachte mal zumindest was oder probe runde sozusagen ich habe auch die regel jetzt recherchiert so ein bisschen wenn wir dann anschauen wie das im grunde funktioniert das spiel da das werde ich mir dann anschauen zumindest das der plan gut und auch was andere leute gesagt haben das vom balancing her dass dieser humbert ein bisschen stärker wäre wie das stkfz weil der die richtige kanone hat werden das andere nur so leichte kanone hat das wäre jetzt weit auf der anderen seite die kritik die ich jetzt angeguckt habe weil drei alle relativ positiv von daher dass das recht gute startbox ist nach recht ausgewogen ist im vergleich zu den anderen weil beide armeen relativ gleich stark sind und von daher gut ist ja die frage für 107 euro das ist schon stolzer preis die sachen sind alle billig der einzige vorteil ist wissen ihnen das 28 mm es gibt auch noch von anderen herstellern figuren oder material sozusagen und jetzt möchte ich zum warhammer anguckt da gibt es auf gar keinen fall oder gibt es schon aber wesentlich weniger werden das kann ja keiner verbieten in dem maßstab zweites weltkriegsfahrzeug zu bauen verkauft italien verkauft zum beispiel auch fahrzeuge in dem maßstab oder der flak wobei die menschen die arbeiten hat schon ihren eigenen einen charme mit dem köpfe sogar ein bisschen zu groß für den maßstab und es gibt ja figuren die figuren hat bisher charakter jetzt von daher die sind schon nette figuren hatte ich gebaut habe ich finde ich finde gut mir gefallen die gut sowohl dazu und dann war da ich ein gentleman's war dann bis zum nächsten mal tschüss tschüss